amen wir sind weiter du bist du pastor Und ich sagte, wir haben nie über Gott gesprochen. Er sagte, du bist Pastor. Ich sagte, ja. Wie ist dein Name? Ich habe meinen Namen genannt. Ah, ich war schon mal in deiner Gemeinde. Ich kenne sie nicht. So wie ich sie gesehen habe, ich habe sie nie wahrgenommen. Leute, die sie hierher gebracht haben. Ich möchte dir sagen, deswegen hänge ich meinen Song fest vom USB. Es sind manche, die steigen in den Bergen. Es gibt manche, die nicht schnaufen und man nichts hört. Aber ich sitze und ich biete. Ich war nur nicht da, nur nicht hier, nur nicht in einem Berg. Ich bin nur mal zu Hause. Als ich verbunden habe, hat Gott mein Gebet erhört. Ich sam mattresst nicht. Ich liebe die Identität. Ich liebe die Identität. Ich liebe die Identität. Ich liebe dich also eine masterpiece. Alleluia. In das independenten FC50 hat. und in der ist ich aber ich nicht aber es ist ein 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 Ihr habt es noch nie gesehen? Er wollte dich anschauen. Ich möchte irgendwas machen, aber du musst es machen. Aber du fragst dich, warum ich? Er sagte nein. Wie ich gesehen habe, du machst das. Und du hast es auch gemacht. Und du wirst sehen, wie es auch weitergeht. Alleluia. Amen. Wie legst du weiter? Alleluia. Unruhe. 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 Auch die Engel kamen. Sternen strahlt weiter hin. Ich gebe euch schon ein Beispiel. Gott sprich mit Abraham. Damit er sagen wird, wie dein Leben weiterentwickelt wird. Als er rauskommt, zu Hause kam, er sagte, schau nach oben. Er schaut nach oben. Siehst du diese ganzen Sterne? Das sind deine Nachfolger. Deswegen möchtest du ein Beispiel mit Josef. Die Sterne umranken ihn. Amen. Ich möchte die Saga. Selbst wenn du nicht willst. Egal, was du machst dafür. Das, was Gott für dich vorbereitet hat, ist wirklich eine Verlöge. Amen. Das heißt nicht, ich habe gelernt, ich habe gewartet. Sie haben mehr gelernt als er selbst. Sie haben mehr gelernt als ihn selbst. Diese Aufgabe muss sich gut so vorbereiten. Weil es Kraft hat, nicht das zu machen. Aber es wird nicht das Gleiche sein, wie wir es mitnehmen. Wir können nicht gleich miteinander reden. Zum Beispiel, ich sage das Wort. Und wo? Aber selbst diese Geschichte ist das Wort. Wenn ich es sage. Wird das alles aufgenommen. Ich möchte ein Beispiel geben. Das, was Gott hat in dieser Welt. Das ist der Präsident. Der Minister. Der Minister. Alles drum und dran. Ich habe diese Aufgabe nicht geklisert. Er kann etwas sagen. Die Leute, wenn ich ihn einfach nur anschauen. Nicht wahr. Aber wenn ein Minister spricht. Er hat etwas gesagt. Nein, das kannst du nicht sagen. Wie kannst du das sagen? Aber es ist doch auch gesagt, nein, aber du kannst das nicht sagen. Halleluja. Halleluja. Gott bringt dich dazu, dass ich ihm Sachen voraussagen kann oder sehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ich gebe euch ein Beispiel. In der Pandemie, die Corona. Viele sagen, nein, das wird nicht so klein. Der kann sowas nicht sagen. Kann er sowas sagen? Viele Diligenten. Aber ich habe das schon vorausgesehen. Er kann sowas nicht sagen. Als wir zurück nach Hause kamen, kamen direkt die Präsidenten zum Beispiel. Und die haben sowas gesagt. Und das wird alles wieder hinzufügen, was ich gesagt habe. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du diejenigen geredet haben, die ihr geredet haben. Du hast das nicht. Also setz dich einfach hin. Selbst in unseren Familien. Wie unsere Eltern. Es gibt einen Song. Ich habe die Fäße genommen. Ich habe eine Soussou. Ich habe die Soussou. Ich habe die Soussou. So wie unsere Wänden hier. Das ist eine Geschehnung der Gemeinde. Als er genau hier rauskam, war es auch zu Ende. Aber manche, die sind überall weiter ein. Es ist nicht nur die Gemeinde an sich. Manche gehen raus, es ist ein Kreis oder international. Irgendwann wurde er ankommt, wenn Leute ihm zuhören. Du allein bist in der Gemeinde. Die ignorieren dich und nennen dich nicht mal wahr. Es gab mal ein Kind, er sagte mir, du warst in Ghana. Du hast ja, was hast du da gepredigt? Da, wo die Leute dich verfolgen, du würdest doch nicht mein Englisch. Kann das sein? Dass die Leute dich verfolgen? Sagt ihnen das Erste, du musst erst mal dein Gehirn wegtun. Das, was die Gruppenwesen immer denken, tu das erst mal weg. Halleluja! Amen! Das, wenn ich sage vorfragen, du bist viel Freude. Wenn du in anderen Ländern bist, wenn ich dich nicht mal wahrnehme, was sagt ihr da? Was sagt ihr da? Wer ist dieser Mann? Rest an deinem Platz. Kinder Gottes, bleibt in eurem Platz. Lass deinen Stern strahlen. Wie willst du denn strahlen? Geh raus aus diesen, wo Streitigkeiten drin sind. Man gibt uns immer 24 Stunden. So wie Leute, die etwas bebauern wegen Flugzeuge. Jeder hat 24 Stunden. Versteht ihr, was ich meine? Es ist jemand, der die Zeit investiert. Wird er distanziert oder differenziert. Wenn du willst, dass ein Stern strahlt. Nutze viel Zeit mit Gott. Weil Jesus, er strahlt nicht in der Nacht, in der Ehrlichkeit, sondern da, wo die Welt am meisten strahlt. Aber du jeden Tag bist mit dem Handy. Deine Zeit vergeht nur mit dem Handy, weil du mit dem Reden bist. Eine Stunde ist vorbei. Was sagen die Leute in der Welt? Die kleinen Sprüche sprechen von Menschen. Was ist das hier? Die kleinen Sprüche sprechen von Menschen. Die kleinen Sprüche sprechen von Menschen. Die kleinen Sprüche sprechen von Menschen. Die großen Sprüche sprechen von Menschen. Mit der Realität. Die kleinen Sprüche sprechen von Menschen, mit der Öffentlichkeit und Beziehung. Die großen Sprüche sprechen von Menschen. Die Frau sagt, sie sprechen von Menschen. Die Menschen können keine Kinder und keine Kinder. Die sind die Kinder und ihre Kinder. Die sind der Kinder und ihre Kinder. Die Menschen lernen zu Personen. um die Leute zu reden, wo wieder am Telefon mitzuhören, damit ihr über die Leute sprechen könnt. Nutze deine Zeit aus, vor allem dein Herz. Das, was du alles hörst, was schlecht ist, kommt das auch in dein Herz rein. Deswegen verwirrt dich sogar. Das, was nicht mal gut ist, und dann, wenn du in der Gemeinde bist, denkst du daran, was man dir gesagt hat? Statt Gott zuzuhören, hörst du das, was man dir gesagt hat. Wüstige, predigfertig ist ... Hast du nicht gemerkt, ich hab's gesehen. Ich hab's gesagt, da von Melkiger. Dann wird dein Stern nicht strahlen, es wird schwer sein. Du wirst die Zeit ständig rauslust. Es gab einen Freund, der hatte Probleme. Der hat ihn gebetet. Ich sagte zu ihm, ich möchte, dass du das behältst, was ich dir sage. Siehst du, wie der andere Freund ist? Er wird seine Zeit nicht richtig wahrnehmen, bis er irgendwann sterben wird. Er macht seine Sachen selbst. Er hat Jesus das gemacht. Der Herr soll segnen, dass er weiter nach vorne geht. Und 2024 sollte er eine Differenz sehen. Alles, was jeder im Business macht, dass deine Sternen strahlt, damit wir unterschiedlich sind, gegenüber den anderen Menschen. Der Herr soll sein. Wie er das alles ins macht? Mein Sohn, bewahre dein Herz. Du betest Gott. Ich verstehe manchmal nicht, wie manche Leute Gott ansehen. Ich komme hier für den Freund, der für Gott ist. Wenn ich den Pastor sehe, dann gehe ich. Obwohl du vor Gott stehst. Vor Gott. Ich stehe vor Gott, nicht für einen Freund. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welchen Gott hier dann betet. Welchen Gott teilt ihr euch? Ich kann mich nicht mehr anschauen. Ich kann mich nicht mehr anschauen. Ich kann mich nicht mehr anschauen. Wenn du diesen Zeitraum wirst, auch wenn du sagst, Gott, du bist schön in der Städte und der Teufel und in der Grund sind. Darum dein Herz ist. Amen. Ist deine Präsenz hier in der Gemeinde? Mein Fils, garde dein Herz. Bewahre dein Herz. Lass deinen Stern strahlen. Nimm dir dein Herz. Nimm dir dein Herz. Nimm dir Zeit und Gebet. Nimm dir das nächste. Amen. Halleluja. Lass deinen Stern strahlen. Und er hat gesagt, dass wir uns nicht mehr in die Gemeinde sind. Er zieht alles um sich herum an. Ich stehe ihn auf dem Bild. Ich möchte, dass 2024... Du sollst nicht jemand sein. Du sollst nicht Dinge unnötig ansehen. Sagt dir ein paar Freunde? Sagt dir ein Freund? Wirklich. Wenn manche Pastoren... Schaust du die Person an? Ich frage... Ich frage... Ich frage... Ich sagte ihn. Ich frage... Ich frage... Es sagte ihn. Du denkst wirklich... Ich glaube, dass du denken musst, wie du denkst. Also wenn man mir was antworten, nehme ich das Telefon. Hast du gesehen, was passiert ist? Die wollen mit mir spielen. Die nutzen mich aus. Hallo, Mama. Ich frage...